Dieses Video haben Sie schon mehr als 15 Millionen Menschen angeschaut. Ich nehme einfach an, dass seitdem ja auch für Sie sich einiges verändert hat. Möglicherweise wissen Sie auch ein bisschen mehr inzwischen über Deutschland. Könnte ich Ihnen noch ein, zwei Fragen stellen? Also zum Beispiel, hat Deutschland einen Präsidenten oder einen König? Das ist jetzt eine Fangfrage, oder? Ein bisschen schon, ja ein bisschen schon. Meinst du jetzt in ganz Deutschland oder nur in der Hälfte, also bis Grenze? Nein, das ist einer, der für das gesamte Land repräsentiert. Ja, das hat er. Das hat der Präsident oder der König? Genau. Von dem König sind, das ist ja das Gleiche fast. Der König ist ähnlich, aber halt anders. Und wissen Sie zufällig auch, wie der König, der wie ein Präsident ist, heißt? Angelo Merte, oder? Nee, das ist der Kanzler. Ach, du meinst den? Der Wolf. Der Wolf ist fast richtig. Den hat es aber leider irgendwie vom Sessel gehauen. Oh, du kommst mir jetzt, willst du fragen? Okay, was Einfaches. Okay. Auch sehr wichtig in Deutschland sind Mann und Frau in Deutschland gleichberechtigt. Ist Mann und Frau gleichberechtigt, ja. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Nein, so. Warum nicht? Und oben sind die Frauen? Nein, du bist brutal, Jobber. Jobber. Nein, die ist ungefähr gleich, aber mehr unten, die Frauen. Darf ich mal einen Gast was fragen? Also zum Beispiel Barbara Rütting, die viele Jahre...